Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und man scheint plant Amazon tatsächlich Pakete schon loszuschicken, bevor man sie eigentlich bestellt hat. Klingt jetzt erstmal unglaublich bescheuert, habe ich auch gedacht, als ich das alles gelesen habe, aber so blöd, wie sich das auf den ersten Blick liest, ist das Ganze gar nicht. Okay, vielleicht ist plant ein bisschen zu viel gesagt, die haben letztendlich irgendwie ein Patent beantragt, wo es um diese ganze Sache geht. Allerdings, Amazon weiß doch, wann man was in der Regel bestellt. Amazon weiß, was man sich in Warenkorb gelegt hat und vielleicht den Bestellvorgang damit abgebrochen hat. Amazon weiß, dass ich einmal im Monat Katzenfutter bestelle oder sowas in der Richtung, das wissen die ja alles. Und man sieht an der Stelle auch mal wieder, wie wichtig eigentlich die Daten sind. Mit den Daten verdienen sie alle Geld, sei es jetzt Amazon, sei es Google, sei es was weiß ich, die verdienen mit diesen Daten alle richtig Kohle. Und Amazon ist natürlich tatsächlich daran interessiert, aus diesen Daten auch das Beste für sie zu machen. Ich meine, wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Im Prinzip ist es ganz einfach. Wie gesagt, Amazon weiß, ich kaufe einmal im Monat Katzenfutter, also könnten sie ja schon hergehen. Wenn die wissen, hey, der Max, der kauft immer so Mitte des Monats, kauft er immer ein Zehnerpack Katzenfutter. Dann könnten die das Ganze schon in ein naheliegendes Versandzentrum schicken. Und wenn ich es dann tatsächlich bestelle, dann ist das Ganze vielleicht sogar noch am gleichen Tag da. Das spielt vor allem, finde ich, ganz lustigerweise auch noch mit der Idee zusammen, die letztens irgend so ein Amazon-Mensch geäußert hat, dass man doch Pakete tatsächlich in Zukunft mit Drohnen irgendwie ausfliegen könnte. Ich meine, stellt euch mal vor, die Sachen, die ihr wahrscheinlich bestellt, sind schon im Versandzentrum in der Nähe am Start und werden dann auch tatsächlich irgendwie am Sonntag oder so von einer Drohne zugestellt. Ja, klingt jetzt übertrieben gestört, klingt übertrieben Zukunfts-Science-Fiction oder sonst was, aber ich finde, so weit hergeholt ist das Ganze gar nicht mal. Also das ist jetzt, ich finde, das ist deutlich näher als mit, wir fliegen zum Mars oder sowas. Also das erscheint mir doch recht greifbar und von der Technik auch irgendwie machbar. Natürlich ist Amazon nur daran interessiert, mehr Kohle zu machen. Und sie wissen natürlich auch, was sie für einen Nachteil haben jetzt im Vergleich zum Einzelhandel. Ich klicke auf Bestellen und es dauert einfach 1 bis 3 Tage. Das wissen die ja. Und das wird bestimmt sehr viele Leute davon überzeugen, dass Amazon die Einkaufsplattform der Wahl ist, wenn man wirklich einfach viel, viel kürzer darauf warten muss als bei anderen Online-Versendern. Und wenn man vielleicht ähnlich kurz darauf warten muss wie beim Einzelhandel, ohne dass man tatsächlich einkaufen gehen muss. Also ich könnte mir vorstellen, dass das doch tatsächlich wirklich viele Leute überzeugen wird. Und da bin ich mal gespannt, ob denn tatsächlich sowas kommt. Wie gesagt, Amazon hat die Daten, Amazon kann das machen. Natürlich können sie dann auch noch andere Sachen anbieten, sowas wie, sie könnten beispielsweise auf die Homepage draufschreiben, hier, das und das haben wir schon mal vorsorglich verschickt, wollen sie das jetzt nicht vielleicht doch bestellen. Ich meine, ihr kennt die Werbung so nach dem Motto, sie haben diesen Artikel gekauft, vielleicht interessiert sie auch das und das. Aber das wäre ja nochmal ein weiterer Anreiz, ja. Ja, ich stelle euch mal vor, ihr habt jetzt irgendwie was Bestimmtes gekauft, keine Ahnung, ihr habt euch jetzt Uncharted 1 und 2 gekauft, ja. Dann sieht Amazon, hey, die meisten Leute, die Uncharted 1 und 2 gekauft haben, haben auch noch Teil 3 gekauft. Und natürlich, der Max, der kauft sich eh gerne solche Action-Spiele. Dann schicken wir das doch vorsorglich schon mal hier ins Versandzentrum in die Nähe und schreiben ihm dann am besten sogar noch eine E-Mail. Hier, ihre Bestellung könnte schon morgen bei Ihnen sein. Und dann denkt der Max sich, ja gut, wenn ich das morgen schon haben kann, dann, na komm, bestellen wir es einfach, ja. Also ich denke, das könnte auch zu durchaus mehr Bestellungen führen und die Idee finde ich gar nicht so blöd. So, man muss jetzt aber eine Sache natürlich auch sehen. Ökologisch gesehen ist das natürlich, denke ich mal, komplett oder beziehungsweise gesagt total für den Arsch, irgendwelche Sachen, von denen es gar nicht sicher ist, ob sie gebraucht werden, einfach mal zu verschicken, ja. Ich meine, das Zeug, es geht nicht nur ums Verpackungsmaterial, das Ganze drumherum, der muss ja irgendwie auch organisiert werden, kostet irgendwo auch Geld. Und sei es letztendlich auch der LKW, der dann auch irgendwelche Sachen rauspustet. Also ich denke mal, ökologisch gesehen ist das Ganze nicht so toll. Das weiß Amazon wahrscheinlich auch. Aber Amazon muss natürlich gucken, dass sie irgendwie Kohle rausholen. Und ich gehe wirklich echt davon aus, dass das viele Leute davon überzeugen wird, da zu kaufen. Und die Idee dahinter zeigt schon, in welche Richtung das eigentlich in Zukunft wirklich gehen kann. Man hat in der Vergangenheit sich immer beschwert, es werden Daten gesammelt, es werden hier, es wird das gemacht, ja. Also wirklich greifbar für viele, was man denn aus diesen riesen Datensätzen machen kann, war es eigentlich gar nicht, ja. Man hat bei Amazon so ein bisschen Empfehlungen gekriegt, so, ja, sie könnten das und das kaufen, aber wirklich im Vorfeld was verschicken und sowas. Das bietet auf der einen Seite richtig Mehrwert, aber man sieht auch, was man denn wirklich mit Statistik und solchen Daten anfangen kann, ja. Und das sind Sachen, die man natürlich auch nicht nur zum, sagen wir mal, Positiven für Amazon ausnutzen kann, sondern es sind auch Daten, die man natürlich zum Negativen für die einzelne Person ausnutzen kann. Jetzt nicht unbedingt von Amazon, aber von irgendwelchen anderen Leuten, die die Daten gesammelt haben. Erinnert ihr euch beispielsweise noch dran, wie viel Daten, und das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, die Leute vergessen sowas ja gerne, ja. Wie viel Daten beispielsweise damals, als das PSN gehackt wurde, ja, verschwunden sind, was heißt verschwunden sind, die jetzt irgendwelche Leute haben, die sie eigentlich nicht haben sollten. Da erinnert sich doch kein Mensch mehr dran. Das haben alle schon wieder vergessen, ja. Dass dieses komische Welcome-Back-Paket jetzt nicht auch so geil war, hat auch keinen Großartig interessiert. Das ist vergessen durch fertig, Leute vergessen sowas extrem schnell. Und ich denke, an dieser Sache mit Amazon können wir mal wieder sehen, was man denn mit unseren Daten eigentlich alles so anfangen kann. Letztendlich haben sie damit eins vor, sie wollen entweder unsere Kohle haben oder uns, ja gut, verarschen, bescheißen und das, um auch unsere Kohle zu haben. Ich glaube, auf viele andere Sachen wird es bei der ganzen Sache nicht rauslaufen. Und ich denke, man kann an der Stelle echt nochmal sagen, man sollte einfach vorsichtig sein, was man angibt. Es ist jetzt ein großer Schlag hier von Amazon dazu. Man sollte wirklich vorsichtig sein, was man angibt. Man muss nicht bei jedem Scheiß tatsächlich was ausfüllen, was stimmt. Ich sehe so viele Leute, die tatsächlich eintragen, die da wirklich eintragen, wie sie heißen, wo sie wohnen, wo sie geboren sind und sonst was, ja. Ich habe bei meinem EA-Account den allergrößten Scheiß eingetragen, ja. Und als ich damals bei der EA-Hotline angerufen habe, weil, was war denn das? Ich glaube, die Map-Hacks von Bad Company 2 wurden irgendwie gegen einen falschen Account gelinkt oder irgendwie sowas. Ich weiß es, oder dieses Pre-Ex, ach was weiß ich. Irgendwie sowas in der Richtung habe ich da angerufen, ja. Da wollten sie, dass ich so ein paar Daten von mir gebe, um zu überprüfen, ob ich das bin. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich da eingetragen habe. Ich weiß es nicht, ja. Aber Zugriff auf die E-Mail-Adresse habe ich, da ging das auch irgendwie. Aber ich, never, ich würde niemals da meine realen Daten angehen. Ich habe überall Fake-Daten. Es gibt mittlerweile sogar richtig coole Fake-Daten-Generatoren, die sogar noch halbwegs plausible Sachen raushauen. Da muss man sich selbst noch nicht mal eine Fake-Adresse raussuchen, ja. Genauso wegwerf E-Mail-Adressen und sowas. Ich kann immer noch empfehlen, seid mal ein bisschen sparsam, denn vielleicht benutzt das irgendwann mal einer nicht so, ja, gut wie Amazon. Ob das gut ist, kann man sich jetzt auch drüber streiten. Egal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ach ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr zum Thema denkt. Ich denke, es ist eine ganz interessante Sache. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.